Eine Ampel zu befreien. Wie kommt der? Kann der nicht hochfliegen? Da wirst ein Piep wieder reingetun. Die ist da reingefallen. Soll ich dir das Licht da reinhalten? Ist halt jetzt die Überlegung, wie kriegen wir die da raus? Achso, sobald er piepst, verschwindet sich. Wir haben überlegt, vielleicht andersrum um die kleine Reiter. Aber da kommt die ja auch nicht drüber. Jemand versucht, etwas zu tun. Siehst du den? Soll ich mal Körnchen bauen? Hauptsache, erst rauschen. Erst raus. Er sitzt da oben im Bauch. Er ist da oben durch den Ampel Sein. Jetzt raus. Ja gut passt das. Bis zum nächsten Mal, ice-고ernens. da wird Uni Nom maintenance und staats duel. Wir müssen uns gar nicht transportieren und bucks biodiversityíveis finden. Bis zum nächsten Mal,